servus moin leute was geht ab ja heute willkommen zu einem neuen video und ja ich würde sagen heute machen wir erledigen wir ein paar dinge auf unserem hof und ja wir werden mal sehen was wir so alles schaffen und ja dann würden wir würde ich sagen fangen wir einfach direkt an ja lukas kommt jetzt erstmal glaube ich mit dem trecker und wir laden dann erstmal die wolle auf würde ich sagen oder kann ich ja kurz hier nochmal zeigen hier sind unsere schafe hier haben wir da die wolle schon mal gestapelt hier sind unsere hühner wir haben insgesamt 200 hühner hier ist noch ein kleiner hühnerstall da drücken wir auch ein kleiner hühnerstall wir haben vier pferde der graue hier der heißt der hier der schwarze heißt shadow der brauner heißt nitro und der weiß brauner heißt flecki und ihr könnt gerne mal in den kommenden tagen schreiben ob wir die namen von manchen ändern sollen oder nicht und wenn wir ändern sollen welche namen wieder nutzen sollen und ja das würde falls ihr die falls euch die namen nicht gefallen ja hier sind noch mal die hühner heute werden wir auch mal ausreiten mit den pferden und euch bisschen felder und sowas zeigen ja hier sind die pferde bräuchten eigentlich gar keine zwei anhänger eigentlich nicht kannst du auch wenn du willst den einen abhängen den anderen abhängen und dann kannst du einen weg machen hallo was ist denn das ich kann nicht so gut aufgabeln aber ich weiss nicht warum das nicht geht jetzt könnte es gehen ja gut ok so hier machen wir einen zack zack das passt doch so die pferde haben wir jetzt auch vor kurzem erst gekauft nein und wenn ihr spielt ja vielleicht auch alles und ihr könnt uns auch mal gerne in die kommentare schreiben wie ich meine was ihr für tiere macht wenn ihr tiere bewirtschaftet also zum beispiel kühl pferde scharfe hühner was ihr da so macht und da haben wir uns jetzt halt mal für andere als für bühne und scharfe und pferde entschieden weil wir hatten keinen bock so auf kühl da musste man müssen wir dann wieder silage machen und so und da hatten wir ja nicht so die lust zu und deswegen haben wir uns jetzt einfach für scharfe entschieden hühner und pferde pferde die brauchen nur weizen stroh und hafer glaube ich ja und heu genau hey und wasser natürlich hühner brauchen halt nur weizen und scharfe brauchen auch nur wasser und gras und deswegen muss man halt nicht viel machen deswegen haben wir uns dafür inhalt entschieden oder lukas bringt das jetzt denke ich mal weg ja ich hab das vorne nicht richtig drauf weil es nicht irgendwie ging so das ist glaube ich in der nähe vom hafen das ist der hafen ja wo ist der hafen ich gucke jetzt erstmal hier gehts noch mit dem dreck muss ich jetzt nicht sauber machen hier auch noch oder auch noch ach da hinten naja soweit ist jetzt auch nicht hier liegt halt noch ein heuwein rum weil wir hatten kein bock den weg zu wollen dann ich würde sagen ich hole jetzt mal die eier rein das kann ich euch auch mal zeigen ich switche mal kurz zum auto jetzt bin ich auch falsch gefahren wir holen wir nehmen die eier laden die mal auf den hänger und auf unseren pick ab hinten auf die ladefläche und wenn die beiden sachen hinten voll sind dann fahren wir zum landhandel und verkaufen die da das ist so hier ein bisschen schief und ich hab keine ahnung warum oder für ähm ok na gut lass mal hier sehen jungen ey mal diese autos hier ey warte mal wenn ich das so mache jetzt mal gucken alter konzentriere ich mich denn nicht was denn los jetzt hier und leute das ist jetzt hier nicht geplant alles aber ich muss erst mal gucken wo das ist also wenn ich das so sieht das gut aus würde ich sagen weil ich schon mal den fest obwohl es nichts bringt aber egal ich kann jetzt mal den anderen stahl quasi oder äh oder äh 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 ä äh 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 ä Ja, das ist jetzt blöd, aber okay. Ich lerne schon. Hier haben wir unsere Hühner. Also wir haben zwei Hähne insgesamt. Und ja, ähm, Schafe, Schafe, Schafe. Wir haben, haben wir nur 26 Schafe? Kann sein, ja. Wir haben auch kein Geld mehr für mehr erstmal. Ja, stimmt, wir hatten kein Geld mehr. Aber ja. Okay, dann würde ich sagen, bringe ich die Eier jetzt mal wieder. Also fahre ich den Hänger und das Auto in die Garage. Und Lukas wird mich mal so dann brauchen. Ich gucke mal, ich glaube, ich kann noch ein bisschen Autosauber, also Fahrzeuge sauber machen, oder? Lukas? Ja, mache ich den Drescher sauber. Ich mache dann das Leberg sauber. Ja, das kann. Aber ich könnte halt eigentlich beides sauber machen, weil dann könnten wir direkt ausreiten. Ja, 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 dann mach das. Mach beides sauber. Einmal nehmen. Zack. Abgekoppelt. Pack mal das Auto daneben. Dann nehmen wir unsere Fendt. Der Jugo-Dalde-Fendt. Ja, was denn jetzt hier? Und wo? Du musst sie abladen. Ja, wie soll ich die denn abladen, Junge? Dann fahr ein bisschen in die Kurve, damit sie runterfliegen. Ne, passt das schon. Bisschen die gerade. Jetzt wird auf einmal... Hä, jetzt ist eins weggegangen. Ja, du musst es ein bisschen runter machen. Das war beim Hühnerverkauf auch so. Da hat manche, manche... Jetzt geht's. Ja? Ah, okay, gut. Ja. Ey. Warum geht's denn jetzt wieder nicht? Erzählst mir doch mal, wo das hin muss. Es muss da hin, wo du bist. Ja, das weiß ich auch. Wie soll ich das denn abladen? Das geht doch nicht. Keine Ahnung. Ja, das geht doch wie immer gerne ein Like und ein Abo da, das würde uns sehr freuen. Ja, jetzt. Ja, hast du es. Alter, aber immer nur ein Ding. Aber guck mal, mit einem, mit der ersten Wollpalette, ne, da haben wir, ähm, da haben wir, äh, nur 115 Euro gemacht oder so. Dann 975 Euro und dann 2.088 Euro. Das ist irgendwie ganz schön homologisch. Ja, so, jetzt nochmal. Ah. Eeeenglich. 11.000 Euro im Konto. Ja, eins. Schmeckt. Vielleicht der beste Betrag aber auch. Wir sind ja ein bisschen arm, wenn man es so nehmen will. Ja, ein bisschen arm dran. Und so fürs Game jetzt, ne, ich so. Ja, im real life ist das jetzt schon ganz schön viel, aber. Ja. Im real life ist das Geld, was wir hier haben, ganz schön guter Wert. Ja. Aber, äh. Weil hier kriegst du nix für. Ja, gefühlt. Außer vielleicht was Kleines, vielleicht nur Autoanhänger oder so. Ja, oder einen Auto-Kreiniger kriegt man dafür. Ja, mehr aber auch nicht. Ja. Ich bin jetzt gleich da. Ja, alles klar. Und danke nochmal für den netten, die zwei netten Kommentare unter unseren Videos. Das, äh, freut uns wirklich sehr. Und nochmal viel, vielen Dank dafür, dass... An Alice Love oder wie du auch immer hießt. Ja, genau. An Alice Love. Wirklich, dass du so einen coolen und netten Kommentar geschrieben hast. Das freut uns wirklich sehr. Ja. Und einfach nur nochmal danke. Ja. Grüße gehen raus an dich. Ja. Grüße gehen raus. Ja. Grüße gehen raus. Also heute kann ich auch nicht fahren. Junge, was ist denn jetzt los? Ich kann nicht rückwärts fahren mit einer Axt. Ich kann das einfach nicht. Da vorne kommt Lukas. So, hast du mir schon sauber oder wie? Was? Mir wirklich schon sauber oder? Ja, ja, ich schon sauber. Gut. Ich... Ich stelle das erstmal hier hin. Ich muss doch das nachher nochmal umhängen. Was machst du? Ich stelle das erstmal hier hin. Das andere umhängen mache ich nachher. Ja, alles klar. Dann kommen wir mit. Dann laufen wir mal los. Ja. Und reiten gleich mal los. Ich habe mich schon eine Strecke überlegt. Die bin ich schon mal geritten mit dem Pferd. Oder mit den Pferden. Und da würde ich sagen, reiten wir jetzt auch einfach mal lang. Und ja. Ich darf Shadow nehmen. Ja. Übrigens, das schwarze Pferd heißt Shadow. Aber ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ey, bei mir ist voll verbargt. Geh doch mal. Springer für drüber oder ein Zaun. Ja. Hä, wieso ging das jetzt gerade nicht? Du musst früher springen. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Guck so. Und dann wieder so. Ja, dann guck ich. Ja, okay. Kommen wir mit. Ja. Boah, sag doch, dass du da hin willst. Ja, natürlich. Das Lenken funktioniert jetzt hier nicht so gut. Ne, ich weiß. Ich warte mal hier kurz auf den Kurs. Ja, komm, eigentlich mal hier. Ich finde, Pferde sind auch schöne Tiere. Ja. Echt schöne Tiere. So, jetzt geht es links, Lukas. Ein bisschen langsamer werden, damit wir um die Kurve kommen. Links? Ach so, ja doch, das ist links. Ja, links. Jetzt wieder links. Oh, die Leitplanke war da ein bisschen im Weg. Da kam der NKW. Und mich würde auch mal interessieren, welchem Map ihr spielt. Also wir spielen hier gerade auf dem Mühlenkreis Mittelland. Und wir haben auch schon oft auf Ellerbach gespielt. Die letzten Videos waren ja auch meistens auf Ellerbach. Und ja, da könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr so auf welchen Maps spielt. Ja. Genau. Mal ein bisschen langsamer werden, damit der Lukas auch hinterher kommt. Vielleicht nicht als springen. Mal ein bisschen langsamer werden, damit der Lukas auch noch mal in die Kommentare verfolgen. Das dauert so lange, das zu häxeln. Also das weiß ich nicht. Vielleicht machen wir das später mal. Aber ich würde, das müssen wir uns nochmal überlegen, weil das ist echt, das dauert dann echt lange. Und ja. Das ist ein bisschen wie so ein Rennen, finde ich gerade. Ich bin ganz schön knapp hinter dir. Wenn du einmal kurz langsamer wirst, dann habe ich dich schon eingerohlen. Aber du weißt ja nicht, wo es lang geht. Ja, trotzdem, dann laufe ich halt irgendwo lang. Ja, gut. Gerne. Ich sollte einen weiteren Weg, ne? Hui. Ich finde sie lustig. Wo willst du denn jetzt hin? Willst du ins Wasser springen, oder was? Nein, ich habe mir da schon eine Strecke überlegt. Und ich glaube, nach dem Ausreiten, würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Äh, ja. Da ist der Hafen, wo Lukas eben war, ne? Ja. Ich hätte sie auch mit dem Pferd dahin bringen können. Das wäre gerne, wenn es für Alice so ein Hänger, so eine Kutsche auch geben würde für Pferde. Das wäre gerne. Alter Junge! Kannst du das mal ankündigen? Wenn ich gebremst hätte, hättest du gesagt, ah, jetzt habe ich dich nicht eingeholt. Wir wollen ja nicht zu Ehrenluss sein, dass du mich dann doch nicht eingeholt hast. Ja. Wenn man übrigens, was ich nicht verstehe, wenn man ins Wasser reitet, dann steht da, äh, nicht zu tief ins Wasser fahren. Aber, ja, ich verstehe das Ganze. Oh nein, steht hier gar nicht. Hä? Steht hier gar nicht. Egal. Komm, rüber. Ah, bisschen, eine kleine... Oh! Scheiße! Hä, was hast du gemacht? Das war vielleicht zu tief im Wasser? Oh, Gott! Ja, so, dann, ich komm dann mal, ja, das war jetzt nicht so geplant, Leute. Ich hol mir mal Flecky wieder und komm mir mal entgegen, du bist ja nicht weit weg. Ich gucke mal, wie viel Prozent Flecky geritten hast. Flecky hat 89 Prozent, ich hab schon 100. Du musst einfach nochmal zu mir kommen, ich warte hier, und dann reiten wir wieder zurück in die Nase und 100 Prozent. Komm her, du, Gaule. Alter. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann stellt ihr auch gerne, wir sind offen. Und ja. Wo, wo soll ich hinkommen? Ich bin auf Feld 67. Ich sollte vielleicht nicht über die... Ich sollte vielleicht über die Brücke gehen, das wär, glaubt, besser. Ja, 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 doch, doch, ja. Und jetzt kommt dein Sprung. Gehen wir ihn schon? Ich glaub, da wurde Flecky ein bisschen zu nass. Er wollte ja nicht mehr ins Wasser. Nicht ganz. Tank leer. Tank leer, ja, mein. Hälfer H war meiner, das war der Fan. Ja, ist egal, machen wir gleich. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, wo ist er denn? Ich bin im Wald. Im Wald? Ah, da. Oh, mein Meister. Komm, wir reiten zurück. Alter. Mein Pferd hat nämlich schon lange 100 Prozent. Und meins noch nicht. Glaube ich. Ich muss mal gucken. Gucke? Ja, ich gucke halt. Du nicht an. Ich kann weiterrennen. Deins hat auch jetzt 100. Ey, ey, wo laufe ich denn jetzt lang? Gut. Da war dann die Brücke zu hoch. Oh mein Gott, Lukas. Du hast aber auch... Ich hab geguckt. Und es ist wieder schon ein Eierpaket da. So, das war ein sehr... Du musst es übrigens noch striegeln, ne? Das mach ich dann wann anders. Nach dem Video mach ich das. Dann striegle ich es kurz für dich. So, mach das. So, ich würde sagen, dann war es das jetzt auch mit dem Video. Ja, würde ich auch sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.